Und hier, die Sache, hier an dem Blitzschirm anklingt, dass da sofort der Overlay angebildet wird. Also Interface-Hotkeys. Grumble ist das beste Leben, das wird der Dr. Cardano auch sagen. Ja, das ist insane. Hast du den Glitch gesehen? Hast du den Schalltunner angebildet? Wirst du wirklich sein, wenn du da gehst? Dann sagst du von mir nur wegen Glitch. Das ist so cool. Aber wie die Glitch. Aber dann haben wir jetzt eh. Oh, Johann, ich hätte jetzt einen anderen Blitzschirm. Ja, ja, ja. Dann haben wir jetzt hier aufgenommen, dass der Overlay eine bestimmte Anfrage kommt. Smash Bros. hassen ihn. Das ist eine bestimmte Anfrage, wenn wir ernsthaft nicht genommen werden, weil... Ja, ich weiß ja, dass du... 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 Weil irgendwie... Ich glaub, es ist ein bisschen eh. Weil der Gamecube, der fragte so die Icos ab. Und der fragte aber nicht permanent, sondern irgendwie so zweimal im Frame oder sowas. Und dann hab ich's irgendwie so eine Lücke über deinen Input machst. Das... Nein, er wird schon angekommen, er wird angekommen. Also... Nein, nein, persönlich ist das einfach und das stimmt nicht. Sondern es ist das... Ich glaub, das ist... Ich glaub, das ist... Ich hab's wieder selber meinen Fails. Ist es das, dass... Wenn du Page hast, kannst du, glaub ich, eben Maximum ein Leg von so 2,5 Frames oder haben. Also Millie ist nicht Leg, oder? Und du hast irgendwie immer so... Vier Frames ungefähr. Vier Frames ist das Max? Ja. Vier Frames ist total. Ach so, total. Okay. Aber es variiert halt so um 2-3 Frames, oder? Übstes 2. Okay. Ja. Ja. Kannst du irgendwie spielen? Ja. Perfekt. No. Ich hab Fox gespielt. Wieso? Ich weiß. Du hast mal ausprobieren. Du sagst, es ist ehrlich, dass wir Freak gegen Fox. Ja, ich war dann so ein bisschen ernüchtert. Bisschen ernüchtert war's. Aber ich hab schon mal einen Sakurai-Matches von ihm vorgeflossen. Aber heute ging er in der nächsten Zeit überhaupt nicht. Ja, ein Turnier. Na, wo spielen wir? Ja. Jetzt? Ja. Welchen Part nimmst du? Ja, ich würde den ersten nehmen. Ja, den ersten nehmen. Daniel ist in Singleton. Ab Winner 7 ist best du 5. Ja, Winner 7 ist best du 5 und Losers Quartas. Da ist auch Recording. Du willst lieber streamen oder gehen auf den Parade? Ja, wo willst du lieber? Ich hätte jetzt gesagt hier, weil das frei ist. Das ist das erste Match bei denen. Okay, passt. Achso, das ist Turnier oder was? Ja. Simon, könntest du dann da die Score aktualisieren? Mit der schwarzen Maus. Einfach hier. So da. Wenn der Klimas gewinnt, dann halt da hoch und dann auf siehe. Danke. Und dann fahre ich. Ja, das ist ein paar Pfeffer. Und da ist auch ein paar Pfeffer. Ja. 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 Dann fahre ich alles. Ja. Du bist das richtig. Ja. Guck mal an. Prisonskornen. Okay, hier ist die Blonde. Die Blonde. Die Blonde sind aktiv. Ja, okay. Die Blonde sind die Blonde. Die Blonde sind in der Nähe. Das ist die Blonde. Ich weiß nicht. Die Blonde sind die Blonde. Das ist die Blonde. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.